Gehörst du zu den Leuten, die sagen, nein, ich will mein altes Anfängerpferd behalten? Oder bist du jemand, der sagt, ich freue mich, dass jetzt die alten Modelle überarbeitet werden? You and I till the end, don't need to pretend, again and again, we'll stick together, everything is alright, with you by my side, we won't say goodbye, we'll stick together. Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen, mein Name ist Damakasch und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu Joviks Lach- und Sachgeschichten am Montag. Ich hoffe, du hast ein tolles Wochenende gehabt und ja, ich freue mich, dass du einschaltest. Du siehst im Hintergrund jetzt das Träumatreffen von gestern durchlaufen und ich möchte dich auch gerne zum nächsten Träumatreffen ganz herzlich einladen. Wenn du Lust hast, auch mal mit dabei zu sein, dann komm einfach dazu am nächsten Montag um 15 Uhr, ach am nächsten Montag, nek, am nächsten Sonntag um 15 Uhr treffen wir uns bei Rosi der Kuh am Mollandstall. Ähm, auf Server 4 sind wir. Ja, genau. Und jetzt fange ich mal an mit den Monday Fundays. Nicht die von heute, sondern die von letzter Woche. Und das erste Bild siehst du jetzt hier auch eingeblendet und ich finde, es ist wunderschön geworden mit dieser durchbrochenen Bless und es ist wirklich ein richtig, richtig, richtig schönes Pferd. Ja, das hat die Melinda Northbrook gezaubert. Vielen Dank für dieses schöne Bild. Twitter war sehr ruhig, aber auf Instagram gab es auch wieder Monday Fundays. Ich zeige dir jetzt mal das eine davon, was mir besonders gefallen hat. Das ist dieser Araber mit der Laterne, den ich ja auch habe und ich finde ihn wirklich wunderschön geworden. Auch ein richtiges kleines Kunstwerk. Letzte Woche Dienstag ist dann nichts weiter passiert und dann war Mittwoch ja schon Update Tag und das Update war, ja, wie erwartet waren es halt die neuen Araber Farben. Ich hatte damit gerechnet, weil dieser 4 Wochen Intervall einfach rum gewesen ist und ja, ich sage mal so, ich habe mir jetzt keins gekauft, weil ich finde ihn mit der Laterne schon schön und den hatte ich schon und die Farben, die am Mittwoch gekommen sind, fand ich okay, aber nicht überragend, ne, weil das halt so Standardfarben waren. Es kam der Apfelschimmel, den ich besonders hübsch finde, der ist wirklich sehr gelungen. Dann war ein ganz weißer dabei mit so einem schwarzen Mäulchen, ist auch sehr süß und dann war einer in Kastanienfarben da. Finde ich auch hübsch, also ich mag sie alle drei, aber mir sind die Araber einfach einen Taken zu teuer, dass ich mir jetzt noch einen zweiten kaufen würde in einer Standardfarbe. Wenn es irgendwann vielleicht mal irgendwie noch so eine ganz mega coole Farbe geht, kann sein, ich kaufe mir noch einen zweiten. Momentan aber eher nicht. Mehr brachte das Update dann auch nicht mit sich. Also die Midsommerwoche geht noch weiter, also kannst du es heute Abend noch spielen und morgen und am Mittwoch wird es dann rausgenommen. Das heißt, wenn du noch nicht alles hast vom Midsommerfest oder die Quests gerne noch machen möchtest, dann kannst du das noch heute Abend und morgen tun und Mittwoch mit dem Patch wird es dann rausgenommen. Das war das Update. Das war jetzt sehr kurz und ich möchte die Folge jetzt noch nicht beenden, denn das, was eigentlich interessant gewesen ist, ist dann auf Instagram passiert. Und zwar gab es auf Instagram diesen kleinen Teaser. Ich blende dir den mal ein. Hier unten da so in der Ecke. Und ja, ich muss sagen, ich habe am Anfang, ich habe gleich gedacht, nee, okay, also das ist keine Pferderasse, die es schon im Spiel gibt. Diese Bewegungen kommen mir nicht bekannt vor, aber die Farbe kam mir bekannt vor, denn es sah für mich aus wie ein Anfängerpferd von der Farbe. Nicht von den Bewegungen und die Anfängerpferde sind ja auch eher ein bisschen kantig. Und das ging nicht nur mir so, man konnte das auf Instagram gut lesen, unten in den Kommentaren ganz viele, oh Gott, new starters are coming in. Also neue Anfangspferde kommen. Und ich habe mich gefreut. Ich glaube, ich bin eine der wenigen, die tatsächlich gesagt hat, oh ja, schön, weil die Anfängerpferde, ja, man steckt, ganz viel Erinnerung steckt da drin. Und man hat damit die ersten Schritte gemacht und so, aber sie sind einfach doch ein bisschen kantig. Und mal Hans, Hand aufs Herz, bei jedem. Reitet ihr das Anfängerpferd genauso oft wie eure anderen Pferde? Oder haben die anderen schon irgendwie so einen kleinen Vorteil, dadurch, dass sie einfach ein bisschen, ja, hübscher, das klingt gemein, aber ja, sie sind einfach neuer und die anderen Modelle haben einfach fließendere Bewegung und so weiter. Ich hatte also Hoffnung, dass ein neues Anfängerpferd kommen würde. Die Frage, die sie dann sich noch stellte, war, werden alle Pferde überarbeitet und jeder bekommt ein neues? Bekommen nur neue Spieler ein neues? Oder kann man vielleicht eintauschen? Das wäre mir am liebsten gewesen. Ich hätte es total toll gefunden, wenn ich hätte mir aussuchen können, ich möchte ein neues Anfängerpferd oder ich möchte kein neues Anfängerpferd haben. So wäre jedem geholfen. Und alle neuen Spieler hätten halt automatisch ein neues bekommen. Jetzt ist heute das Interview rausgekommen, heute Mittag irgendwie um halb elf, elf rum oder so, habe ich es gesehen, auf der Star Stable News Seite. Und ich blende jetzt hier mal auch so ein paar Bilder noch ein. Und da haben sie halt gesagt, ja, warte, ich muss mir das mal einmal aufmachen. Da haben sie das halt gesagt, ja, die alten Pferdemodelle werden überarbeitet. Und zwar ist hier schon mal ein Bild zu sehen, wo das Skychild übrigens, so ähnlich sieht Skychild aus, zu sehen ist, einmal in Alt und einmal in Neu. Und ich muss sagen, die haben das toll gemacht, weil man erkennt auf den ersten Blick, das ist das Anfängerpferd. Man sieht es am Gesicht, man sieht es am Körperbau und so weiter. Und trotzdem sieht man, oh, es ist neu. Ja, also es ist alles ein bisschen runder. Die Halshaltung ist ein bisschen natürlicher. Und die Gruppe ist nicht mehr so, naja, ich sag mal, sieht nicht aus, als ob ein Kasten Bier drin steckt. Also es ist alles ein bisschen runder und so. Und ich finde, es sieht sehr gut aus, obwohl man noch erkennt, dass es ein neues Modell ist. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich zeige dir gleich noch ein Bild, das siehst du hier jetzt. Da sieht man einfach nicht nur das Starterpferd wird überarbeitet werden, sondern alle Pferde, die das alte Modell hatten, also das dänische Warmblut, der Oldenburger, einfach viele von diesen Pferden werden jetzt überarbeitet, alle, die dieses alte Modell hatten. Und die wirst du jetzt dann demnächst, es stand noch nicht genau, wann es soweit sein wird, nur dass es kommt, werden die einfach ausgetauscht. Das heißt auch, das Pferd, was du schon im Stall hast, von den alten Modellen, wird ein Makeover kriegen. Es kommt also frisch und ausgeruht von der Weide zurück und sieht dann einfach, ja, ein bisschen natürlicher aus. Neue Bewegungen sind eingefügt worden, das steht in dem Interview auch. Also, dass da neue Animationen dazu gekommen sind, dass das Ganze ein bisschen realistischer und weicher aussieht und so. Und ich muss sagen, ich freue mich da echt sehr drauf, denn jetzt werde ich mir auf jeden Fall mal noch das ein oder andere alte Modell angucken. Ich hätte mir gewünscht, die hätten auch die alten Pony-Modelle überarbeitet. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch, die Pferd-Pferde. Stell dir vor, die würden da einfach alles ein bisschen weicher und glatter machen. Ich würde das schön finden. Ich finde es auch gut, dass das mich nichts kostet, das eintauschen zu lassen. Das finde ich halt schon schön. Sie hätten ja auch sagen können, ja, du behältst das alte oder du zahlst 100 Star-Coins. Man weiß es ja nicht, aber es ist nicht so gekommen. Ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch jetzt traurig sind und sagen, oh Gott, aber ich liebe mein altes Anfängerpferd. Ich liebe das so, so sehr und ich will das eigentlich behalten. Und das verstehe ich natürlich auch. Und ich glaube aber, dass da draußen noch ganz viele sind, die sich darüber freuen, wenn das jetzt überarbeitet wird und einfach etwas netter aussieht. Mich würde interessieren, gehörst du zu den Leuten, die sagen, nein, ich will mein altes Anfängerpferd behalten? Oder bist du jemand, der sagt, ich freue mich, dass jetzt die alten Modelle überarbeitet werden? Ich muss sagen, ich freue mich gerade auch für alle neuen Spieler und alle Spieler, die kein Star-Rider werden dürfen und nur das alte Modell haben, weil sie vielleicht keine Star-Coins haben. Auch die haben jetzt dann bald ein schönes Pferd an ihrer Seite und nicht dieses alte Modell. Und das finde ich wirklich total nett. Ich freue mich darüber und ich hoffe, dass wir ganz viel Spaß damit haben. Wann sie kommen, steht wie gesagt leider in dem Interview nicht. Da steht nur, da heißt es abwarten und Tee trinken. Ich hoffe natürlich auf Mittwoch. Ich hoffe so sehr. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Und ja, das waren sie, die Lach-und-Sach-Geschichten für heute. Ich danke dir sehr fürs Zuschauen und dabei sein und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Damakasch.